Der Kapitän Dürrenberg ist hier ganz gut durchgeritten, für seine Männer die gute Nouvelle zu verbringen. Dank ihrer unerschütterlichen Loyalität, konnte Lötzebüsch gerettet werden. An Zander hier drinnen zu Lötzebüscher Pofferdenken, wann er seine Emotionen dealen will. Das ist mir einfach. Und für und allem, Filme ja frischend. Komm ihr schwarze Bufferding.